Moin, herzlich willkommen zum neunten Video der Playlist Mathe-Rätsel. Ich habe dir wieder eine Aufgabe mitgebracht. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Ich bin gespannt, ob du die Aufgabe hinbekommst. Kannst du ja gerne mal kommentieren. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und pausier das Video. Starten wir mit der Lösung. Wir können für diesen Ausdruck 2 hoch 1 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 3 und so weiter bis 2 hoch 10. Da können wir auch einfach mal schreiben, dieser ganze Ausdruck heißt x. Nun können wir mal etwas machen und zwar wir können aufschreiben 2 mal x. 2 mal dieser ganze Ausdruck, der da oben steht, da müssten wir eine 2 schreiben, eine große Klammer natürlich. Und die ganze Summe müssten wir hier einmal reinschreiben. Du wirst gleich sehen, was uns das bringt. Wir können nämlich jetzt einmal ausmultiplizieren. Wir können jetzt rechnen, 2 mal den ersten Summanden, mal den zweiten Summanden, mal den dritten. Die 2 müssen wir mit jedem einzelnen Summanden einmal multiplizieren. Wenn wir das vereinfachen, würde dort stehen bleiben, einmal 2 hoch 2 plus 2 hoch 3 plus 2 hoch 4 plus und so weiter bis 2 hoch 11. Weil die 2 wird ja mit jedem Summanden multipliziert und somit wird der Exponenten immer um 1 steigen, weil die Basis ist ja gleich. Also 2 mal 2 hoch 1 ergibt dann halt 2 hoch 2. 2 mal 2 hoch 2 würde 2 hoch 3 ergeben und so weiter bis halt 2 hoch 11. Nun können wir folgendes machen. Wir können jetzt mal diesen Ausdruck, den wir vereinfacht haben und den ursprünglichen Ausdruck, also 2x und x mal untereinander schreiben. Und jetzt werden wir die voneinander subtrahieren. Wir schreiben 2x minus x einmal auf. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir 2x minus x rechnen, ist es das gleiche wie x. Also unsere gesuchte Summe kommt hier bei diesem Ergebnis raus. Und hier ist ganz interessant, sehen wir, dass sich 2 hoch 2 und 2 hoch 2, die würden sich aufheben. Genau wie 2 hoch 3 und 2 hoch 3. Und 2 hoch 4, und oben gibt es auch ein 2 hoch 4, bis 2 hoch 10. Es würde sich überall, also von 2 hoch 2 bis 2 hoch 10, haben wir immer die gleichen Summanden da drin. Und die würden sich aufheben, wenn wir davon die Differenz bilden. Und übrig bleiben tut nichts anderes, wie einmal die 2 hoch 11. Und jetzt müssen wir natürlich Minus rechnen. Und einmal die 2 hoch 1 aus der oberen Summe. Und somit ist hier b die richtige Lösung, weil 2 hoch 1 ist ja nichts anderes als 2. Ich hoffe, du konntest die Lösung nachvollziehen, hast ein bisschen was gelernt, kannst ja mal kommentieren, ob du diesen Ansatz schon mal gesehen hast, dass man Summen einfach umschreibt und voneinander subtrahiert und am Ende auch auf die richtige Lösung kommt. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video, bis dahin, ciao, ciao.